Der Ort, den wir diesmal suchen, liegt im Landkreis Aurich. Das Waffendorf wurde 1300 das erste Mal urkundlich erwähnt. Allerdings unter anderem Namen. Die heutige Schreibweise gibt es seit 1696. Kugeltopfscherben aus der Karolinger Zeit, die gefunden wurden, deuten darauf hin, dass hier schon im 8. Jahrhundert Menschen gelebt haben. Auf der höchsten Stelle der Waff steht die für ein so kleines Dorf ungewöhnlich große Kirche. Gebaut wurde sie 1240. Der Turm ist 36 Meter hoch und es ist die einzige Chorturmkirche Ostfrieslands. So liebe Zuschauer, jetzt sind Sie wieder gefragt. Welchen Ort suchen wir dieses Mal? Untertitelung des ZDF für funk, 2017